Großputz, Wochenendeinkauf, DIY-Projekte und, und, und. Wenn euer Wochenende oft genauso vollgepackt aussieht, dann solltet ihr schleunigst etwas ändern. Denn wer am Sonntagabend das Gefühl hat, er brauche dringend mal frei, macht was falsch. Denn das Wochenende dient eigentlich der Erholung. Deshalb gilt es, gewisse Dinge einfach mal liegen zu lassen. 1. Großputz Wer sagt eigentlich, dass Haus oder Wohnung am Montag makellos aussehen müssen? Statt eines Großputztages verteilt ihr die Putz-To-Dos kleinteilig auf die Woche und lasst die ganze Familie helfen. 2. Wocheneinkauf Samstags einkaufen ist die Hölle, denn die Supermärkte sind voll und die Regale oft fast leer. Macht den großen Wocheneinkauf lieber unter der Woche, wer kann direkt am Morgen. Aber auch ab 19 Uhr wird es in den Supermarkt gängen und an den Kassen leerer. 3. Zu viele Dates Auf ein Kaffee-Date mit der einen Freundin, abends zum Essen mit einer anderen. Wer am Wochenende von einem Termin zum anderen hastet und sich davon gestresst fühlt, sollte auch einfach mal absagen. 4. Zu viele Dates 5. Zu viele Dates 5. Zu viele Dates